Eine Geheimtipp, close to the Muritz, wir haben hier ein Daiwa Popup, eine kleine Lur, wir sind in sehr, sehr flachen Bereich, es war sehr heiß die letzten Tage, aber jetzt sind die Fische hier auf der Jagd in der flachen Bereich, und wir würden mit dem Popup, also eine Surface Lur, einfach in der Flachwasser, und hier wir gehen. Hier stehen viele Barsch, viele Häscht, und bald geht's los. Okay, wir sind ein Popup, für den Popup, das ist ein Schwimmig Barsch, und ein bisschen Häscht hier, hat es gesagt, dass sie hallo haben. Wir sind noch ein bisschen viel Energie, aber jetzt ist es bereit zu landen. Also, wir sind noch ein bisschen Häscht. Das ist ein bisschen Häscht, das ist ein bisschen zu landen, das ist ganz klein. Hier ist ein bisschen Häscht, das ist ein bisschen Häscht. Wow.